Some say that life is just a great adventure, that all there is to know is what you see. Per Anhalter über die Wasserwege. Ein Versuch von Schriftsteller und Musiker Auke Holst. Mal gegen den Strom, mal flussabwärts, aber immer in eine Richtung. Von Amsterdam nach Odessa. Auke hat es inzwischen bis Bremen geschafft und muss jetzt auf der Weser weiterkommen. Kommen Sie um 5.30 Uhr zum Weser-Kai. Wir legen um 6 Uhr ab. Das war die kurze Nachricht des Kapitäns, der mich von Bremen weiter mitnehmen will. Guten Morgen. Guten Morgen, ich bin der Arnold. Ja, Sie sind der Kapitän. Ich bin der Kapitän. Ja, ich bin der Arnold. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Der Anton, der Leerchef, Annettie, fort zu Berg. Wir möchten gerne hochschleusen. Wie sieht es allgemein aus? Ja, hoffentlich schön. Wir werden mal gucken. Ich bin jetzt auf Bergfall mit der Magdalene und der Korüte. Das ist jetzt total. Mach mal langsam, ne? Jo, wir kommen langsam ran. Während der Kapitän sich auf die nächste Schleuse vorbereitet, frage ich ihn, wie er zum Binnenschiffer wurde. Ich habe Schiffbauer gelernt, Schiffbauer. Und ich wollte aber immer in eine Schifffahrt rein. Ja, aber normalerweise nicht in eine Binnenschifffahrt. Ich wollte Küstenschifffahrt machen. Ja, so Inselversorgung. Klein, zwei, dreihundert Tonnen Kymo. Das wollte ich früher gerne machen. Aber dann habe ich 14 Tage Urlaubsvertretung gemacht. Auf dem Binnenschiff. Und da sind siebeneinhalb Jahre von geboren. War ein Schiffer. Ja, und so bin ich hier hängen geblieben. In der Binnenschifffahrt. Arnold ist sein eigener Boss. Also Kapitän und Eigner des Schiffes. Die Aufträge kommen über eine Agentur. Einfahrt in die Schleuse Bremen-Hemelingen. Gutes Timing. Wie über Funk besprochen, kommt die Anton genau richtig und muss nicht warten. Es geht Weser aufwärts leer. Der Auftrag? Sandbunkern bei Minden. Sie fahren das Schiff zu zweit. Jürgen, der einzige Mitarbeiter an Bord, ist zuständig für alles außerhalb des Steuerraums. Bis Minden müssen sie noch durch sechs weitere schleusen. Der Kapitän hat sich eingerichtet im Leben als Binnenschiffer. Gut 320 Tage im Jahr ist er unterwegs. Meistens auf der Weser. Eine Adresse an Land hat er natürlich auch. Und ab und zu holt er die Post. Doch zu Hause ist er an Bord. Es ist echt das Universum eines Mannes. Alles unter Kontrolle. Rot unter Kontrolle. Keine Musik. Kippen. Wenige junge Leute. Kaum, kaum, kaum. Weil viele junge Leute, die haben nicht mehr so das Interesse, wochenend zu fahren. Die wollen freitagsabends mindestens zu Hause sein. Auf Disco, auf Tour. Und wir haben im Schnitt immer eine sechs Tage, sieben Tage Woche. Und das wollen viele nicht mehr. Und dann auch die langen Arbeitstage von 14, 15 Stunden. Und das wollen die meisten nicht mehr. Was soll das geben in Zukunft? In Zukunft werden mehr ausländische Fahrzeuge aus dem Osten, Polen und Tschechen, die werden hier nachher unseren deutschen Markt überwiegend mitversorgen. Bis Minden sind es 158 Kilometer. Das sind 15 lange Stunden. Für Jürgen gibt es immer etwas zu tun. Und ich erkunde das Schiff auf der Suche nach Ablenkung. Für den Kapitän bedeutet die Strecke andauernde Konzentration. Die Weser ist nicht breit. Ich werde im Laderaum ein bisschen Fußball spielen. Der ist ein bisschen weich, aber das macht nichts. Ja, das ist etwas, was mir Freude macht. Ich habe schon an den verrücktesten Orten gespielt, aber der hier übertrifft sie alle. Für einen Moment verschwindet die Zeit. Nur zwei Männer, konzentriert auf ein rundes Stück Leder. Für mich hat Fußball etwas von Zen. Und im Moment kann ich das gut gebrauchen. Das Schiff kriecht die Weser hinauf und die Zeit kriecht mit. Man ist zur inneren Einkehr gezwungen. Reisen heißt eigentlich Freiheit. Doch das Schiff ist eingeklemmt zwischen beiden Ufern. Ich kann ein bisschen verstehen, dass junge Menschen heute mehr wollen, als von Ladetermin zu Ladetermin leben. Am Ufer liegt die Ladung für die Anton, Sand. Morgen früh wird sie ca. 2500 Tonnen davon laden und die Weser runterbringen. Nach Bremerhaven. Es läuft hier ein Kanal. Nein, zwei Kanäle laufen hier über den Fluss, über eine Art Viadukt. Und das soll von oben sehr spektakulär aussehen. Aber von hier wirkt es wie ein großer Blumenkasten. Und das ist ein bisschen ein Uiterklüiter gewassen Klantenbank. Das war's. Das Weltwunder von Minden. Immer vorderen Bruller, vorderen Bruller. Vielen, vielen Dank. Sie haben mich... Frauke, es hat mich riesig gefreut, mit dir die Tour zu machen. Und ich wünsche dir alles Gute und komm heil in Odessa an. 1905 wurde mit dem Bau eines Kanals vom Rhein zur Weser begonnen. In Minden musste mit der künstlichen Wasserstraße die Weser überquert werden. Dafür entstand das Wasserkreuz, das 1915 eröffnet wurde. Dort auf dem Kanal fährt ein Schiff, und da unten auf der Weser fährt ein Vergnügungsschiff. Wenigstens hoffe ich, dass sie Spaß haben. Es ist seltsam, man kann es nicht wirklich erfassen. So wie man einen Turm nicht wirklich sehen kann, wenn man auf dem Turm steht. Man braucht immer ein wenig Abstand, um Dinge wirklich sehen zu können. Mal sehen, ob ich eine Mitfahrgelegenheit finde. Das Wasserkreuz ist eine imposante Ingenieursleistung. Was für ein Gedanke. Einen Kanal in Trogbrücken durch eine Stadt und über einen kreuzenden Fluss zu legen. Ca. 16.000 Schiffe nutzen jährlich die Brücken, bzw. die Schleuse zur Weser. Ich muss am Wasserkreuz Minden auf den Mittellandkanal und weiter Richtung Osten. Ich habe Glück und treffe auf gastfreundliche Skipper aus Übersee. Hallo, wie geht's? Und das ist Clio. Danke, dass ihr mich mitnehmt. Komm an Bord. Was für ein schönes Schiff. Nun, es ist ein altes, aber ein schönes Schiff. Je älter, je besser. Denke ich auch. Bist du... Ich bin bereit. Also gut. Ich weiß nicht. Warte. Los geht's. Komm schnell an Bord. Okay, sind wir frei? Ja. Vor 15 Jahren haben wir uns gefragt, was wir mit unserem Leben machen wollen, jetzt, wo wir erwachsen sind. Und wir beschlossen, ein Boot zu kaufen. Doch wir mussten auch einen Weg finden, das zu finanzieren und unsere Aktivitäten in Kanada weiterlaufen zu lassen, während wir unterwegs sind. Was für Aktivitäten? Clio ist Präsidentin eines ökologischen Instituts und wir forschen im Bereich Natur und Umwelt. Ein Teil unserer Arbeit ist eine Art Langzeitprogramm, das Whaleforce heißt. Dabei bekommen wir von Hochseejachten Daten zu Walen und Delfinen. Sie senden uns Berichte, sodass wir ein ganzes System erhalten. Und das ist weltweit? Weltweit. Ich sehe die kanadische Flagge. Oh ja, das Schiff ist in Kanada registriert, aber wir haben es in der Türkei gekauft. War es hier in Kanada? Es war nie in Kanada, aber das ist eines der Geheimnisse, wie man Boote registrieren kann. Ich werde mich nicht mit dem Frachtschiff anlegen, es ist viel größer als ich. Habt ihr etwas von einer europäischen Identität gespürt auf eurer Europa-Reise? Oder ist das eine Fiktion? Oh, ich denke, das ist sehr verschieden an den Orten, wo wir waren. Ich meine, es gibt große Unterschiede zwischen Frankreich, den Franzosen und den Menschen in Luxemburg. Und in Holland. Und in Holland. Es gibt Unterschiede. Es gibt diese Einzigartigkeit von jedem Land. Und doch eine Art Europäischsein aller. Ich erinnere mich, als wir über die europäische Gemeinschaft sprachen. Ich bin schon so alt. Und wir haben befürchtet, dass alles homogenisiert wird, dass alle gleich werden. Das ist nicht passiert. Ich denke, es gibt noch immer große Unterschiede zwischen den Ländern. Würdest du sagen, dass das europäische Projekt funktioniert? Ich weiß nicht. Ich denke, die Währung ist ein Problem. Wie beschreibt man das europäische Projekt? Wenn das europäische Projekt von großen Konzernen gesteuert wird, scheutert es. Wenn es von Menschen mit gutem Willen gemacht wird, dann ist es ein Erfolg. Meine Sorge war und ist, dass es eine gleichförmige Masse wird. Das wäre nicht gut. Dann würde ich nicht herkommen wollen. Bisher ist es das nicht. Nein, und das ist gut. Direkt neben dem Mittellandkanal tauchen vier riesige Schornsteine auf. Die Fabrik von VW in Wolfsburg. Das Werk ist eines der Symbole für die deutsche Industrie. Eigentlich für das ganze Land. Mit all den Gedanken, die ich mit VW und Deutschland verbinde, muss ich mir das anschauen. Ich habe mich für eine Führung angemeldet. Ken und Clio wollen Proviant kaufen für die weitere Reise. Viel Glück und Spaß auf der Tour. Wenn es jetzt gleich anfängt, ein bisschen zu rumpeln, ein bisschen laut wird in der Kabine, bitte erschrecken Sie nicht, das ist ganz normal. Das ist dieser Moment, wenn wir an unseren Rädern, wir sind ja jetzt quasi ein Auto, befestigt werden, hochgehoben, rausgezogen. Das ist eben mit Geräuschen verbunden. Dies ist zentraler Teil einer Inszenierung. In den beiden Glastürmen warten auf 20 Etagen Neuwagen auf ihre Besitzer. Jeden Tag kommen 500 Käufer und sehen ihren Wagen auftauchen wie Kinder-Schokoriegel im Süßigkeitenautomat. Wenn es eine Religion des Autos gibt, muss dies hier die Kathedrale sein. Für mich ist das Erstaunliche, wie VW die Geschichte seiner Herkunft überwunden hat und zu dem Symbol für das Wirtschaftswunder wurde. Vielleicht, weil der Volkswagen erst nach dem Krieg in Serie ging und als Käfer zum Mythos wurde. Das kleine, runde Auto wurde hier gebaut. Herr Henniker vom Besucherdienst nimmt mich mit ins Innere des Riesen. Ich bin erschlagen von den Dimensionen. Über 70 Kilometer Fahrwege, über 55.000 Beschäftigte, 3.500 Autos täglich, deren Karosserien an Bändern stetig weiterziehen. Wo ist das, was man mit einer Fabrik verbindet? Gerüche, Schmutz und Lärm. Etwas davon finde ich hier. Noch gibt es die riesigen Metallpressen, gehalten wie Raubtiere in Käfigen. Die Maschinen pressen mit Kraft und Präzision pro Stunde 800 Türen oder Motorhauben. Im Moment produzieren wir Türen, 20.000 Türen. Wenn sie damit durch sind und wollen 15.000 Kühlerhauben produzieren, so müssen sie die Presswerkzeuge wechseln. Wenn sie mit den Türen fertig sind, müssen sie nur den Knopf drücken. Die Presswerkzeuge fahren raus und die Neuen rein. Und das dauert nicht länger als 10 Minuten. Umgeben von diesen reibungslos ineinandergreifenden Robotern fühle ich mich wie ein kleines Kind, das in die Geheimnisse der Automatisierung eingeführt wird. Natürlich dürfen wir nicht überall hin, weil immer auch an neuen, noch geheimen Modellen gearbeitet wird. Viele Menschen haben Angst vor der Automatisierung und dass Roboter ihre Arbeitsplätze gefährden. Doch wenn man sich hier umschaut, kann man dann sagen, dass diese Angst gerechtfertigt ist? Ich denke, in nicht allzu ferner Zukunft werden Arbeiter und Roboter eng zusammenarbeiten. Ich stelle mir vor, der Roboter öffnet die Kühlerhaube, der Arbeiter macht seine Arbeit und der Roboter schließt die Haube wieder. So in der Art. Nächste Station. Die sogenannte Hochzeit. Wenn die Chassis mit den Achselementen und Motoren zusammenkommen, sind die Maschinen an den Bändern fast alleine. Nur wenige Menschen beobachten ihre Displays. Alles weit entfernt von Schraubenschlüsseln und ölverschmierten Händen. Noch arbeiten Automaten in starren Formationen. Der Roboter der Zukunft jedoch ist mobil und fügt sich individuell in Prozesse ein. Dann werden sich um die Bänder Roboter bewegen, die auf akustische Anweisung, ja sogar Gesten der menschlichen Mitarbeiter reagieren können. Ob wir dann auch selbst durch die Hallen steuern können? Ich denke, es ist eine Stadt in der Stadt. Die überdachte Fläche ist ca. 2 Quadratkilometer groß, vergleichbar mit dem Fürstentum Monaco. Die gesamte Fläche ist ca. 6,5 Quadratkilometer groß und das entspricht der Fläche Gibraltas. Die Firma ist von immenser Bedeutung für die Stadt. Das macht die Stadt doch auch verwundbar. Man könnte sagen, wenn VW krank ist, ist Wolfsburg krank. Ich würde sagen, wenn VW kränkelt, kränkelt das Land Niedersachsen und vielleicht sogar ganz Deutschland. In der Autostadt treffe ich Renke Niemann. Er teilt meine Leidenschaft für alte Automobile. Doch zuerst möchte er mir etwas anderes vorstellen. Auch dies ist Teil der Inszenierung. Autos in Teile zerlegt, als haptisches Erlebnis. Es hat eine Menge aus speziellen Materialien, wie man sehen kann. Das weiße Material ist Glasfaser. Und haben Sie dieses Material vorher schon mal gesehen? Nein. Das ist Kohlefaser, ein extrem leichtes Material. Und sehr hart. Und auch sehr stark. Man möchte es anfassen. Auch wenn ich weiß, dass dies die Zukunft ist, zieht es mich ein Haus weiter, in die Welt, als Autos noch Namen hatten. Mein Auto zu Hause hat noch einen. Es heißt Behrend. Der ist ja spektakulär. Ja, das ist das spektakulärste Auto. Nicht nur in dieser Ausstellung, sondern weltweit. Allein das Design. Mein Herz geht auf, wenn ich dieses Auto sehe. Ist das ein Bugatti? Ja, das ist ein Bugatti. Typ 57, SC Atlantic. Nur vier wurden davon hergestellt. Es war für drei Personen gedacht, in den 20er Jahren. Die Karosserie bietet für so einen kleinen Wagen viel Platz. Es war außerdem preiswert zu produzieren. Es hat nur einen Scheinwerfer, hölzerne Räder und nur eine Tür. Diese Oldtimer machen mir bewusst, wie sehr moderne Autos einander gleichen. Fast so, wie Menschen einander immer ähnlicher sein wollen. Die gleichen makellosen Zähne, die gleiche tadellose Kleidung. Kein Platz für Individualität. Hier ist noch Raum für Exzentrik. Wieder bei Ken und Clio fühle ich mich zurück in der realen Welt. Luft, Wasser und Boot. Und ein Weg vor mir. Es soll weitergehen, ostwärts. Und mit einer Suche nach Relikten der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob es noch Hinweise auf die Grenze gibt. Sie müsste irgendwo hier gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es etwas gibt, was zeigt, wo die Grenze war. Das wollen wir erkunden und sind gespannt, ob wir etwas finden werden. Wir nähern uns der Stelle nicht weit von Wolfsburg, an der früher die Grenze war zwischen zwei deutschen Staaten. In der Vergangenheit war das Stück Land, durch das wir jetzt fahren, ein wichtiger Bestandteil des kollektiven Bewusstseins. Dies war der eiserne Vorhang. Es muss hier Zäune oder sowas gegeben haben, denke ich. Ich habe gelesen, dass es hier etwas gab. Eine Sperranlage. Ich brauche mal ein Fernglas zum Gucken. Das Gute? Das Gute. Nicht das schrottige holländische. Mal sehen, was da steht. Hier ist etwas. Wir wissen gleich, was es ist. Hier, schau. Das sieht schon besser aus. Ich weiß nicht, was das Schild sagt. Es gibt da links ein Zeichen. Vom gleichen Typ wie zuvor. Guck mal das Schild. Da sind Pfeiler mit Stacheldraht. Sieht aus wie ein Stück Grenze, das sie vergessen haben, wegzunehmen. Ja. Es gibt einen holländischen Poeten namens Armando. Er hat ein berühmtes Stück geschrieben über schuldige Landschaften. Eine schuldige Landschaft hat viel Leid gesehen, aber indem sie wächst, wie Landschaften eben wachsen, überdeckt sie all das Leid. Dennoch wissen wir, was hier geschah. Es sieht jedenfalls sehr schön aus und ganz natürlich. Wir fahren weiter in Richtung Havel und Berlin. Aber das ist eines der Geheimnisse, wie man Boote registrieren kann. Ich werde mich nicht mit dem Frachtschiff anlegen. Es ist viel größer als ich. Habt ihr etwas von einer europäischen Identität gespürt auf eurer Europa-Reise? Oder ist das eine Fiktion? Ich denke, das ist sehr verschieden an den Orten, wo wir waren. Ich meine, es gibt große Unterschiede zwischen Frankreich, den Franzosen und den Menschen in Luxemburg. Und in Holland. Es gibt Unterschiede. Es gibt diese Einzigartigkeit von jedem Land. Und doch eine Art Europäischsein aller. Ich erinnere mich, als wir über die europäische Gemeinschaft sprachen. Ich bin schon so alt. Und wir haben befürchtet, dass alles homogenisiert wird, dass alle gleich werden. Das ist nicht passiert. Ich denke, es gibt noch immer große Unterschiede zwischen den Ländern. Würdest du sagen, dass das europäische Projekt funktioniert? Ich weiß nicht. Ich denke, die Währung ist ein Problem. Wie beschreibt man das europäische Projekt? Wenn das europäische Projekt von großen Konzernen gesteuert wird, scheitert es. Wenn es von Menschen mit gutem Willen gemacht wird, dann ist es ein Erfolg. Meine Sorge war und ist, dass es eine gleichförmige Masse wird. Das wäre nicht gut. Dann würde ich nicht herkommen wollen. Bisher ist es das nicht. Nein, und das ist gut. Direkt neben dem Mittellandkanal tauchen vier riesige Schornsteine auf. Die Fabrik von VW in Wolfsburg. Das Werk ist eines der Symbole für die deutsche Industrie. Eigentlich für das ganze Land. Mit all den Gedanken, die ich mit VW und Deutschland verbinde, muss ich mir das anschauen. Ich habe mich für eine Führung angemeldet. Ken und Clio wollen Proviant kaufen für die weitere Reise. Viel Glück und Spaß auf der Tour. Ich würde sagen, wenn Volkswagen kränkelt, kränkelt das Land Niedersachsen und vielleicht sogar ganz Deutschland. In der Autostadt treffe ich Renke Niemann. Er teilt meine Leidenschaft für alte Automobile. Doch zuerst möchte er mir etwas anderes vorstellen. Auch dies ist Teil der Inszenierung. Autos in Teile zerlegt, als haptisches Erlebnis. Es hat eine Menge aus speziellen Materialien, wie man sehen kann. Das weiße Material ist Glasfaser. Und haben Sie dieses Material vorher schon mal gesehen? Nein. Das ist Kohlefaser. Ein extrem leichtes Material. Und sehr hart. Und auch sehr stark. Man möchte es anfassen. Auch wenn ich weiß, dass dies die Zukunft ist, zieht es mich ein Haus weiter. In die Welt, als Autos noch Namen hatten. Mein Auto zu Hause hat noch einen. Es heißt Behrend. Der ist ja spektakulär. Ja, das ist das spektakulärste Auto. Nicht nur in dieser Ausstellung, sondern weltweit. Allein das Design. Mein Herz geht auf, wenn ich dieses Auto sehe. Ist das ein Bugatti? Ja, das ist ein Bugatti. Typ 57, SC Atlantic. Nur vier wurden davon hergestellt. Es war für drei Personen gedacht, in den 20er Jahren. Die Karosserie bietet für so einen kleinen Wagen viel Platz. Es war außerdem preiswert zu produzieren. Es hat nur einen Scheinwerfer, hölzerne Räder und nur eine Tür. Diese Oldtimer machen mir bewusst, wie sehr moderne Autos einander gleichen. Fast so, wie Menschen einander immer ähnlicher sein wollen. Die gleichen makellosen Zähne, die gleiche tadellose Kleidung. Kein Platz für Individualität. Hier ist noch Raum für Exzentrik. Wieder bei Ken und Clio fühle ich mich zurück in der realen Welt. Luft, Wasser und Boot. Und ein Weg vor mir. Es soll weitergehen, ostwärts. Und mit einer Suche nach Relikten der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob es noch Hinweise auf die Grenze gibt. Sie müsste irgendwo hier gewesen sein. Je älter, je besser. Denke ich auch. Bist du... Ich bin bereit. Also gut. Ich weiß nicht. Warte. Los geht's. Komm schnell an Bord. Okay, sind wir frei? Ja. Vor 15 Jahren haben wir uns gefragt, was wir mit unserem Leben machen wollen, jetzt, wo wir erwachsen sind. Und wir beschlossen, ein Boot zu kaufen. Doch wir mussten auch einen Weg finden, das zu finanzieren und unsere Aktivitäten in Kanada weiterlaufen zu lassen, während wir unterwegs sind. Was für Aktivitäten? Clio. You're not my dumb. Clio ist Präsidentin eines ökologischen Instituts und wir forschen im Bereich Natur und Umwelt. Ein Teil unserer Arbeit ist eine Art Langzeitprogramm, das Whaleforce heißt. Dabei bekommen wir von Hochseerjachten Daten zu Walen und Delfinen. Sie senden uns Berichte, sodass wir ein ganzes System erhalten. Und das ist weltweit? Weltweit. Ich sehe die kanadische Flagge. Oh ja, das Schiff ist in Kanada registriert, aber wir haben es in der Türkei gekauft. War es hier in Kanada? Es war nie in Kanada, aber das ist eines der Geheimnisse, wie man Boote registrieren kann. Ich werde mich nicht mit dem Frachtschiff anlegen, es ist viel größer als ich. Habt ihr etwas von einer europäischen Identität? Es gibt Unterschiede zwischen Frankreich, den Franzosen und den Menschen in Luxemburg. Und in Holland. Und in Holland. Es gibt Unterschiede. Es gibt diese Einzigartigkeit von jedem Land. Und doch eine Art Europäischsein aller. Ich erinnere mich, als wir über die Europäische Gemeinschaft sprachen. Ich bin schon so alt. Und wir haben befürchtet, dass alles homogenisiert wird. Dass alle gleich werden. Das ist nicht passiert. Ich denke, es gibt noch immer große Unterschiede zwischen den Ländern. Würdest du sagen, dass das europäische Projekt funktioniert? Ich weiß nicht. Ich denke, die Währung ist ein Problem. Wie beschreibt man das europäische Projekt? Wenn das europäische Projekt von großen Konzernen gesteuert wird, scheitert es. Wenn es von Menschen mit gutem Willen gemacht wird, dann ist es ein Erfolg. Meine Sorge war und ist, dass es eine gleichförmige Masse wird. Das wäre nicht gut. Dann würde ich nicht herkommen wollen. Bisher ist es das nicht. Nein, und das ist gut. Direkt neben dem Mittellandkanal tauchen vier riesige Schornsteine auf. Die Fabrik von VW in Wolfsburg. Das Werk ist eines der Symbole für die deutsche Industrie. Eigentlich für das ganze Land. Mit all den Gedanken, die ich mit VW und Deutschland verbinde, muss ich mir das anschauen. Ich habe mich für eine Führung angemeldet. Ken und Clio wollen Proviant kaufen für die weitere Reise. Viel Glück und Spaß auf der Tour. Wenn es jetzt gleich anfängt, ein bisschen zu rumpeln, ein bisschen laut wird in der Kabine, bitte erschrecken Sie nicht, das ist ganz normal. Das ist dieser Moment, wenn wir an unseren Rädern, wir sind ja jetzt quasi ein Auto, befestigt werden, hochgehoben, rausgezogen. Das ist eben mit Geräuschen verbunden. Dies ist zentraler Teil einer Inszenierung. In den beiden Glastürmen warten auf 20 Etagen Neuwagen auf ihre Besitzer. Jeden Tag kommen 500 Käufer und sehen ihren Wagen auftauchen wie Kinder-Schokoriegel im Süßigkeitenautomat. Wenn es eine Religion des Autos gibt, muss dies hier die Kathedrale sein. Scheitert es. Wenn es von Menschen mit gutem Willen gemacht wird, dann ist es ein Erfolg. Meine Sorge war und ist, dass es eine gleichförmige Masse wird. Das wäre nicht gut. Dann würde ich nicht herkommen wollen. Bisher ist es das nicht. Nein, und das ist gut. Direkt neben dem Mittellandkanal tauchen vier riesige Schornsteine auf. Die Fabrik von VW in Wolfsburg. Das Werk ist eines der Symbole für die deutsche Industrie. Eigentlich für das ganze Land. Mit all den Gedanken, die ich mit VW und Deutschland verbinde, muss ich mir das anschauen. Ich habe mich für eine Führung angemeldet. Ken und Clio wollen Proviant kaufen für die weitere Reise. Viel Glück und Spaß auf der Tour. Wenn es jetzt gleich anfängt, ein bisschen zu rumpeln, ein bisschen laut wird in der Kabine, bitte erschrecken Sie nicht, das ist ganz normal. Das ist dieser Moment, wenn wir an unseren Rädern, wir sind ja jetzt quasi ein Auto, befestigt werden, hochgehoben, rausgezogen. Das ist eben mit Geräuschen verbunden. Dies ist zentraler Teil einer Inszenierung. In den beiden Glastürmen warten auf 20 Etagen Neuwagen auf ihre Besitzer. Jeden Tag kommen 500 Käufer und sehen ihren Wagen auftauchen wie Kinder Schokoriegel im Süßigkeitenautomat. Wenn es eine Religion des Autos gibt, muss dies hier die Kathedrale sein. Für mich ist das Erstaunliche, wie VW die Geschichte seiner Herkunft überwunden hat und zu dem Symbol für das Wirtschaftswunder wurde. Vielleicht, weil der Volkswagen erst nach dem Krieg in Serie ging und als Käfer zum Mythos wurde. Das kleine, runde Auto wurde hier gebaut. Herr Henniker vom Besucherdienst nimmt mich mit ins Innere des Riesen. Ich bin erschlagen von den Dimensionen. Über 70 Kilometer Fahrwege, über 55.000 Beschäftigte, 3500 Autos täglich, deren Karosserien an Bändern stetig weiterziehen. Wo ist das, was man mit einer Fabrik verbindet? Gerüche, Schmutz und Lärm? Etwas davon finde ich hier. Noch gibt es die riesigen Metallpressen, gehalten wie Raubtiere in Käfigen. Die Maschinen pressen mit Kraft und Präzision pro Struktur und Umwelt. Ein Teil unserer Arbeit ist eine Art Langzeitprogramm, das Whaleforce heißt. Dabei bekommen wir von Hochseejachten Daten zu Walen und Delfinen. Sie senden uns Berichte, sodass wir ein ganzes System erhalten. Und das ist weltweit? Weltweit. Ich sehe die kanadische Flagge. Oh ja, das Schiff ist in Kanada registriert, aber wir haben es in der Türkei gekauft. War es hier in Kanada? Es war nie in Kanada, aber das ist eines der Geheimnisse, wie man Boote registrieren kann. Ich werde mich nicht mit dem Frachtschiff anlegen, es ist viel größer als ich. Habt ihr etwas von einer europäischen Identität gespürt auf eurer Europa-Reise? Oder ist das eine Fiktion? Oh, ich denke, das ist sehr verschieden an den Orten, wo wir waren. Ich meine, es gibt große Unterschiede zwischen Frankreich, den Franzosen und den Menschen in Luxemburg. Und in Holland. Und in Holland. Es gibt Unterschiede. Es gibt diese Einzigartigkeit von jedem Land. Und doch eine Art Europäischsein aller. Ich erinnere mich, als wir über die europäische Gemeinschaft sprachen. Ich bin schon so alt. Und wir haben befürchtet, dass alles homogenisiert wird, dass alle gleich werden. Das ist nicht passiert. Ich denke, es gibt noch immer große Unterschiede zwischen den Ländern. Würdest du sagen, dass das europäische Projekt funktioniert? Ich weiß nicht. Ich denke, die Währung ist ein Problem. Wie beschreibt man das europäische Projekt? Wenn das europäische Projekt von großen Konzernen gesteuert wird, scheutert es. Wenn es von Menschen mit gutem Willen gemacht wird, dann ist es ein Erfolg.